In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Tierbild mit Tierschablonen gestalten kannst. Du kannst eigene Tiere auf dünne Pappe aufzeichnen und ausschneiden oder du lädst dir in der Mediathek des Schlossmuseums meinen Bastelbogen herunter. Die Idee zum Bastelbogen kam mir bei diesem Kunstwerk. Das Bild heißt Tiergarten und ist von Paul Klee. Auf dem Bastelbogen mache ich insgesamt drei Vorschläge, was du mit den Tieren so alles anstellen könntest. Hier in diesem Video stelle ich dir kurz den dritten Vorschlag vor. Dafür ist es gut, den Bastelbogen auf dickeres, stabileres Papier auszudrucken oder alternativ die Tiere auf eine dünne Pappe vor dem Ausschneiden aufzukleben. Und dann heißt es erstmal Tiere ausschneiden. Ich schneide dafür alle Tiere erstmal grob aus und gehe danach an die Feinarbeit. Je dicker dein Papier ist, desto schwieriger wird dir das Ausschneiden wahrscheinlich fallen. Aber das Gute ist, die Tiere von Paul Klee sehen ja alle nicht gerade aus wie fotografiert. Also insofern wird es gar nicht auffallen, wenn du hier und da mal nicht ganz entlang der Linie schneidest oder wenn du auch mal aus Versehen einen kleinen Teil abschneidest. Wenn alle Tiere ausgeschnitten sind, dann brauchst du ein Papier und Stifte. Ich nehme dicke Holzstifte, damit es jetzt im Video etwas schneller geht. Dünne Holzstifte haben allerdings den Vorteil, dass du feinere Schraffuren machen kannst, was dann dem Bild von Paul Klee wieder etwas näher kommt. Schraffuren, das sind ganz viele dicht nebeneinander liegende Striche, die von Ferne fast wie eine Farbfläche aussehen. Du kannst Striche zeichnen, die alle in ein und dieselbe Richtung zeigen oder du legst sie kreuzweise übereinander. Und wenn deine schraffierte Fläche noch dichter und dunkler werden soll, dann kannst du sogar noch eine dritte Schicht an Linien darüber zeichnen. So, los geht's. Ordne deine Tiere grob an und wende dich dann jedem einzelnen Tier zu. Du musst das Tier gut festdrücken, damit es nicht verrutscht und dann vorsichtig mit dem Stift darüber rubbeln. Wenn du dann die Schablone wegnimmst, ist dein Tier in weiß auf dem Papier zu sehen. Du kannst auch Tiere übereinander legen, was dann ganz interessante Bilder entstehen lässt. Und wenn du willst, kannst du zum Schluss auch noch die Tiere selbst ausmalen. Oder leg doch mal deine Schablonen unter ein Papier und reibe mit einem flach gehaltenen Stift oder einem Wachsmalblock vorsichtig darüber. Viel Spaß! Tschüss!